Vermutlich kennen Sie das Problem auch. Sie sind mit Ihrem Screencast fertig, führen es jemand vor, einem Kollegen oder dem Chef oder einem Auftraggeber und der sagt, ach, Sie verwenden ja das alte Logo von uns. Können Sie das bitte schnell austauschen? Jetzt könnten Sie natürlich einfach das Medium importieren. An den Stellen, wo das alte Logo benutzt wird, das aus der Timeline löschen und das neue einfügen und alle Effekte neu einstellen und und und. Es gibt aber einen wesentlich einfacheren Weg. Klicken Sie einfach im Clip-Auswahlfenster einmal rechts auf die Datei, die Sie austauschen möchten und wählen Sie dann Medien-Element aktualisieren. Jetzt wählen Sie die Datei, die Sie in Zukunft verwenden möchten, hier das neue Windows Logo, klicken auf Öffnen und in dem Moment wurde auf der Timeline und damit auch im Vorschaufenster das Windows Logo ausgetauscht. Das funktioniert mit allen Dateien, die Sie in das Clip-Auswahlfenster importieren können.